Am Schlagzeug der wunderbare Andi Haberlein. Am den Violinen Andreas Thiert und Isi Kegelmeier. Amola Pocacce, Andreas Hörricht. Am Suzofon, manche nennen es die grüne Toilette. Am Suzofon, Michael Aachen. Und der Mastermind von den ganzen Stücken. Und der Kampionin Matthias Kötz, seiner Posaune und am Spielzeug. Am Suzofon, Michael Aachen. Am Suzofon, Michael Aachen. Skyler Bonnie. Das war's. 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 Das war's.